Hype! Wuuuh! LFAs! Geil, man! Ja! Das DLC kommt raus. Flo, setzt du dich mal neben Maxi, dann haben wir nämlich Motivation gegen was auch immer ihr zwei seid. Ich bin des Todes motiviert, jetzt mach doch grad sagen! Hä, Maxi ist richtig motiviert, er ist motiviert, ich bin richtig hyped jetzt, komm, ich hab mich jetzt aufgepumpt, jetzt geht's los. Maxi hat Bock, Knickknack wird jetzt gemacht. Er wird in 5 Minuten einschlafen, sag ich euch. Ne, der muss Among Us spielen, deswegen wird er nicht einschlafen. Immer doch, der schläft immer mitten drin. Uuuuh, es wird gruselig, wir sind hier im Halloween-Special! Leute, cringe is real, Leute, cringe is real! Habt ihr euch eigentlich seit jeeren Halloween viel umhergegangen? Früher als Kind mega, Alter. Ich glaub, ich hab das immer nur so ein-, zweimal gemacht. Wieso hast du ein U-Hafnir, Downy? Wieso ist das gruselig? Du hast ein U-Hafnir dabei, warum ist das gruselig, Downy? Überleg mal, was könnte U-Hafnir sein? Ja, genau. Alter, bei mir regnet es gar nicht übertrieben. Siehst du doch dann, was es ist? Ich wollte halt nicht so 0815-mäßiges mitmachen. Guck mal, wie klein, der ist wieder voll klein! Ja, wirst du dann schon sehen, was es ist. Ähm, ich frag dich nicht, warum es Karneval Wu heißt. Ja, es ist Halloween, okay? Es ist Halloween. Karneval. Karneval. Richtig viel Mühe hat sich der Maxi gegeben und dachte sich, Karneval, Freunde, Karneval! Karneval! Ja, stark auf jeden Fall. Ich sag, ich hab die beste Attacke für diesen Tag dabei. Warum wusste ich nur, dass ihr einfach nur Geister mitnimmt, Alter? Ich hab nicht nur Geister mit! Ich zieh trotzdem durch hier! Let's go! Warte, was ist das? Das ist Fokus-Stoß! Das ist Fokus-Punch, das weiß ich! Oh, oh! Wer weiß denn das? Oh, du bist jetzt auch ein Geist! Mega gut! Jetzt haben wir alle Geister, Freunde! Ja, einer greift mich auch nur mit einer Geister-Attacke an! Ah, okay! Stark! Hey, Freunde, ich hatte letztes Mal schon sieben Minuten FFA, wir können das nicht wieder machen! Ähm, danke! Ja, guck mal, ich helf dir! Bitte, bitte! War gut, ne? Ich bin aber auch auf den gegangen. War das Presence-Mon oder Downies? Ja, das war mein Mon! Ah, okay! Auf den wollte ich auch fokussen mit Powerpunch gerade! Ah, okay! Hast du dreimal Punch mitgenommen? Jo, aber guckt euch die mal an, wie die nebeneinander stehen! Das ist einfach Papa und sein Kleiner! Ich hatte doch grad eben Poltigeist, jetzt hab ich Pumchen! Achso, oh, ich bin so verwirrt! Max überfordert! Stark! Ach, der ist motiviert, das ist wichtig! Das ist wichtig, Freunde! Der ist motiviert am Start! Ah, scheiße, mein Mann! Brenn mal ein bisschen! Können wir jetzt bitte mal appreciaten, wie süß die einfach sind? Wenn die klein sind! Ich seh sie beide nur von hinten! Ja, mega süß! Ich liebe sie! Karneval, hab ich recht! Aber, wenn wir schon dabei sind, wie steht ihr zu Clowns? Das ist okay, denke ich! Also ich ignoriere sie meistens ganz gekonnt und will nichts mit ihnen zu tun haben! Aber du hast grundsätzlich schon Angst vor Clowns! Was habt ihr denn gegen Karneval? Greift den doch an, der hat immer noch seine Fähigkeit! Ja, wir geben uns ja Mühe jetzt! Ja, lass den jetzt mal fokussen! Ja, wie stehen denn die anderen so zu Clowns, wenn Preston schon hier meint? Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr dazu steht! Hä? Ja, wie gesagt! Seid ihr Clown und wollt Downies Freundin werden? Dann schreibt's jetzt rein! Ne, das ist ja... Der... Der Strang wird bei dir... Achso, okay, sorry! Schaut bei mir vorbei! Ich sag Pennywise absoluter Ehrenclown! Seh ich aber auch! Deswegen hätt ich den gern wieder auf dem Spielfeld! Da soll kein Delegator stehen! Okay! Nee, der kann gerne wegbleiben! Ich hab den Film tatsächlich gar nicht gesehen! Und du hast kein Item! Warum hast du kein Item auf deinem Karneval? Haha! Um Poltergeist zu umgehen! Ja, 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 ja! Die Strategies! Der weiß Bescheid, wie man Halloween FFAs spielt! Ja, ich hab damit schon gerechnet, dass ihr alle Poltergeist spielen werdet, weil ihr 800 Geiste mitnehmt! Und dann kommt Flo und ist ein absoluter Ehrenmann! Ja, und nimm ne Geistschwäche mit! Ja! Dreimal! Und Powerpunch! Fühl ich sehr! Der hat Bock! Der hat Bock! Irgendwann! Oh nee, Maxi! Haha! Scheiße, ich bin zu achten! Schwierig jetzt! Das ist echt schwierig! Ihr müsst wissen, wir nehmen heute Gott sei Dank für jeden nur ein FFA auf! Das ist auch ne sehr gute Idee! Weil ich glaube, das halten wir nicht lange auf! Oh, ich glaub, der stirbt! Oh Gott, ich glaub, der stirbt nicht! Wenn Maxi so weitermacht! Hey, jetzt hallo! Der hat bestimmt ne Strategie mit Fluch! Okay, vielleicht auch nicht! Aber der Tank ist easy! Alter, so ein mächtiger! Naja, schwierig jetzt, ne? Ja, und das, obwohl er die kleine Form ist! Wieso stirbt bei einem Mechmann nicht? Was macht ihr denn? Du hast ihm kein Item gegeben! Haha! Ich weiß nicht, auf wen der Fluch ist! Ich weiß nicht, auf wen der Fluch ist! Wieso drückst du nur Ehrlich Present? Was soll ich denn machen? Auch Poltergeist geben! Ach, du hast auch Poltergeist! Ich sag jetzt Wahlband Ehrlich! Ähm, soll ich... Oh ja, Wahlband Ehrlich, oder? Schwierig jetzt! Soll ich jetzt so lange Schwerthans drücken, bis ich an der Verbrennung sterbe? Ja! Das ist ne gute Idee! Ich kann ja jetzt schon was reinschicken, was dem Damage macht, so ist es nicht! Ja, ich kann ihm auch irgendwie Damage machen, das passt schon! Ja, und... Ah, das ging auf mich! Okay, auf Pantimimi! Ah! Gut zu wissen! Ja, hä? Ich mir aber gerade, man hätte natürlich krass sein können und versuchen können, die, die Dings im Hintergrund anzupassen! Ich weiß auch nicht, warum Present das Remake mal gecursed hat, aber... Hä, das war nicht ich, das war Downy! Ah, dann halt Downy, yo! Ich kann's nicht auswählen! Dracule! Ich hab da keine Gewalt, oder? Ja, natürlich ist das Dracula Present! Was ist denn los mit dir? Genau, Present! Was ist denn los mit dir? Hast du sowas... Was ist denn los mit dir? Genau! Ja! Was ist denn los mit dir? Ja! Ich hab das nicht kennengelernt! Ich weiß doch nicht, warum... Ah doch, ich weiß wieder, warum er nicht männlich ist! Vergessen wir das! Okay! Ah, ein Schattenstoß! Immerhin nett! Ah, der getankt! Oh! Ja! Aber jetzt wird er sterben! Oh mein Gott! Karneval! Guckt es euch an, wie es jetzt wieder Coupanti wegballern wird! Alter! Bumm! Bamm! Alter, wie cool das aussieht! Der sieht so gut aus! Der sieht so gut aus! Ne, das erinnert mich an schlechte Zeiten! Ne, an gute Zeiten! Ich sag, wie es ist, wenn Downey Pre-Intos schneiden würde, wäre dieses Spam von Nestlos safe drin gewesen! Ja, mach ich aber nicht! Mach mal Pre-Into! Außer du machst mir noch so ein geiles Kanal-Intro! Dann mach ich's! Dann kommt das Pre-Into, dann das Kanal-Intro! Darf ich Arbeiter bauen benutzen? Ich zeichne dir einen Banner, okay? Ne! Was hast du gesagt Flo? Ich zeichne dir einen Banner! Neues Kanal-Banner! Jaaaa! Das würde ich lieben! Ich weiß ja nicht! Doch, doch! Kannst du von wem ich aber am meisten Angst habe im Leben? Kannst mir ja mal so ein Probe-Design geben! Ne, ich mach's direkt fertig und speicher's direkt ein! Oh, das nochmal ist! Mensch! Nochmal ein Geil! Das ist cool! War das der Kontroverse der Franzose? Nein, 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 nein! Das kommt gleich noch! Das ist sehr gut! Vertraut mich! Vertraut mich! Gut zu wissen! Interessant! Ja! Anziehung! Hallo! Es ist ein Vampir und wir müssen ja hier auch ein paar Filme nachstellen! Deshalb dachte ich mir, dann stell mir doch einfach mal diesen Blistings! Fee Schlagschutz! Oh, du bist so ein mächtiger Spieler! Schwierig jetzt! Schwierig jetzt! Schwierig jetzt! Mit dem Foltergeist! Mit dem Foltergeist! Hat man echt gar keine Item mit, oder was? Alter, willst du mich veräppeln? Yo, Alter! Ich bin jetzt auf plus 500 Speed! Ist ja immer gut! Ich hab ein bisschen Angst vor dem Pantimimi, das ist ne Fee! Ja, aber ich hab keinen Zauberschein! Ich weiß nicht, ob ich dir das meine! Boah, ich mach jetzt was Gutes! Es wird Present gefallen! Okay, jetzt bin ich gespannt! Hypnose! Oh, das gefällt Present glaube ich nicht so sehr! Ja, aber dass er trifft! Ich weiß nicht, ob Present das so gut gefällt, aber ja! Ach doch! Geht schon! Weg mit dem Present! Aber ich flinch dich jetzt! Also kannst du gar nichts machen, Maxi! Nee, jetzt flinch mal nicht! Ich will sehen, was er macht! Der muss erstmal durch die Verliebtheit auch durchkommen! Der kommt durch! Der kommt durch! Ach! Franzosen, Manni! Ich bin einfach zu... Ja, der schwingt einfach direkt die weiße Fahne! Das seh ich doch! Okay! Gut zu wissen! Ja, ich mein, ne? Aber Dawni, mach jetzt mal nicht so einen Arschloch-Move auf mich, okay? Wieso? Weil ich das zeigen will, was der macht! Wieso bin ich eigentlich mit Rückenwind so viel langsamer als ihr alle? Was soll das? Weiß ich nicht, was du mit deinem Wurstsepel hier angestellt hast! Ich glaube, du hast nicht nur die kleinen Items draufgekommen! Das ist voll mit EVs ausgestattet! Das ergibt keinen Sinn, dass der so scheiße ist! Dicke, sehen wir, der einfach auf Schattenstoß gehen wollte gerade? Dieser eklige! Hä, aber nicht auf dich! Ja, ist okay! Ah, auf mich direkt! Dann ist doch... Nein, auch nicht auf dich! Alles gut! Aha, also auf mich! Ähm... Franzose, bitte! Einmal auf! Ja, ja! Man kommt nie durch Star-Vorliebe! Guck mal, der Franzose! Das ist das Größte, was es gibt auf diesem Fall! Weißt du, Dawni, als ich gesagt habe, geh mir bitte heute den FFAs nicht auf den Sack! Meinliches Ernst! Schade! Das ist ja nicht meine Entscheidung! Du bist ja verliebt! Näh! Ja doch! Näh! Ja doch! Ja doch! Ich kann da ja nix dafür! Du kannst ja auch einfach durchkommen! Alter, der will einfach gar nicht aufhören! So ein Ekel! Ich hab's einfach zink! Ah, so gut! So gut! So gut! So verdient! Hat jetzt schon mal besser funktioniert als ein Bibi! Man sieht sich! Ey, Bruder! Bruder, stopp! Stopp! Macht's gut, Jungs! Tänk' ich! Tänk' ich echt! Tänk' da auch noch wirklich! Alter, passt auf! Jetzt kommt die Po-Hand-Rin! Was hast denn du für'n Drift-Zanky, Alter! Das bombt nichts um! Das outspielt nichts! Ja! Ich glaub' echt! Okay, cool! Ja, oder das Drift-CP, die hat halt keinen Angriff! Ja, aber auch keine Initiative scheinbar! Nichts hatte der! Und Biss hat auch einfach über 50% gemacht! Keine Ahnung, was... Aber Achtung! Jetzt kommt ein Present-Video! Ah! Weg hier! Oh Mann! Ja, okay doch! Das find' ich witzig! So fiesig! Oh Gott! Find' ich witzig! Das find' ich sehr gut! Das ist so fies! Muss man dir sagen! Der ist stark! Der ist stark! Da kann man nix gegen sagen! Ist einfach... Einfach gut! Ist einfach nicht nett! Da darfst du dir einmal auf die Schulter klopfen, Maxi! Das ist... Ja, doch! Das war seit langem das Witzigste, was... Als ob du jetzt nicht Schattenstoß drückst! Was ist denn mit dir? Ja, der hat dich einfach gelesen! Hätt' ich doch offen... Naja, wobei, vielleicht hättest du munterkeit! Äh, nee! Ach, der ist live! Oh, warte! Ich hätt' sogar getroffen, wenn du schildlos bist, ne? Alter, als ob du wieder kein Item hast! Was ich muss so los, Maxi? Ich sag' allein nach, Maxi... Die Late-Game-Giftspitzen gefallen mir sehr gut! Ja, danke! Die sind auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig! Wieso machst du sowas? Ah, so stark! Ich hab' nicht vergessen, für alles ein Item zu packen! Nein, nein, das bildet euch ein! Nein, 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 nein! Das war alles Absicht! Bei einem Mann war's wirklich Absicht, bei den anderen wahrscheinlich nicht so! Das ist einfach ein mächtiges Present-Video, kann man nix gegen sagen, ne? Ja, das ist halt einfach... Oh, nein! Lass' auch weiterhin Poltergeist einsetzen! Das ist nett von dir! Ja, Poltergeist! Ja, gerne! Mit dem Walschau, okay? Aber ich glaube, der überlebt nicht mehr so lang! Oh, okay! Schade! Ja, den... Flogart wollte sich einfach die Überreste holen! Genau! Das war meine Strategie! Das hab' ich schon gemerkt! Er wollte da strategisch rangehen! Richtig, richtig! Mülltreffer! Maxi, wir können das gewinnen! Jetzt würfst du auch noch dich selber, oder was? Vergiftung? Nee, der war's jetzt nicht! Schade! Schade! Okay! Ja, wirklich schade tatsächlich! Dann muss ich wohl ne Sandburg reinholen! Oh nee, Present hat noch eine... Ja, und die wird erst mal vergiftet, Present! Das ist okay! Wir sind im Halloween-Metronom... äh, metronomischen FFA! Ach, da darf man vergiftet werden? Da darf man vergiftet werden, richtig! Aber warum... Warum ist ne Sandburg so gruselig? Weil's ein Geist ist? Hä? Die Sandburg? Hast du mal den Pokédex-Eintrag gelesen? Boah, jetzt kommt der mit sowas... Ja, hab ich nicht... Der tötet Kinder, Alter! Ja, das ist mega creepy, Alter! Darfst du deine Hand nicht durchstrecken, oder so! So ziemlich jedes Geist-Pokémon hat irgendein creepy Eintrag! Ja, das ist jetzt nicht wirklich was... Aua, nein, stopp! Hey! Ähm, das ist natürlich jetzt bisschen blöd! Ja, hab ich mir gedacht! Hab ich mir gedacht! Nein, glücklicherweise nicht! Ich hoffe, er überlebt das! Ja, das lebt er ja easy! Ich kritisch jetzt einfach aus dem Leben! Ja, ich glaub, das würd mich nicht killen! Bumm! Na, schade, ist echt okay! Das hängt jetzt! Das war solider Damage! Okay, das hängt das wie nicht! Alles safe! Alter, Pantimimi ist so eingegöhnlich! Ich hab ja auch noch meine Überreste! Wieso sind wir nicht... ...neben mir gegangen? Das weiß ich auch nicht! Keiner weiß es, Pleasant! Keiner weiß es! Hab ich jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden! Ich hab auch überlegt, wenig angreifen soll, weil ich schon wusste, dass ich das eigentlich nicht gewinnen kann, aber... Und jetzt gewinnst du das? Wir können ja dann scheinbar! Nein, wie soll ich das gewinnen? Wobei mir Flobert geht auf Werwolf! Das Pantimimi wird mich besiegen! Ja, ja, ja! Außer der Mist jetzt aus irgendwelchen Gründen, während ein Schildlosmon auf dem Feld ist! Also wenn ich jetzt mit Pantimimi... Ach, deswegen hab ich meinen Mülltreffer getroffen! Ah! Sollte ich jetzt mit Pantimimi gewinnen, in einem FFA, wo quasi nur Geister da waren, dann sag ich, seid ihr einfach schlecht! Also ich hatte ein Geist-Pokémon dabei! Ich hatte ein Begift-Pokémon dabei! Nee, einfach schlecht, sag ich! Einfach schlecht! Ja! Nee, Pantimimi ist immer gut! Ja, ich sag, du hast nur wegen dem Crit gerade gewonnen! Ja, glaub auf! Aber verdient auch! Verdient! Ich bin sehr froh, dass Pantimimi gewonnen hat, ehrlich gesagt! Ich find das sehr gut! Und ich muss echt Props an Maxi da lassen! Dass er keine Items mitgenommen hat! Ja, das war so smart! Das war so gut! Strategisch einfach... Das war einfach strategisch richtig schlau! Der hat euch outplayed! Also zumindest present! Ja! 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 Ja!